Herzlich Willkommen zurück. Nun haben wir die zweite Präsentation für den heutigen Tag. Wir begrüßen das Unternehmen BNP Baribas und wir haben einen Co-Vortrag von Maximilian Treptow, Business Development und Sophia Jäger, Recruiting Specialist, auch bei BNP Baribas Real Estate. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag und wir freuen uns auch ein bisschen mehr über Ihr Unternehmen jetzt zu erfahren. Wenn unsere Teilnehmer Fragen haben, dann stelle ich gerne diese im Nachgang zur Präsentation. Bitte sehr. Genau. Oh, jetzt bin ich einfach zu weit. Genau. Erst einmal herzlich Willkommen. Ja, ich muss ein bisschen drauf achten. Tatsächlich spricht die Präsentation schnell weiter. Genau. Erst einmal herzlich Willkommen und freue mich auf jeden Fall, dass Sie sich eingewählt haben und wir Ihnen heute mal über unser Unternehmen berichten dürfen. Ja, die Kollegin hatte mich jetzt gerade schon kurz vorgestellt. Mein Name ist Sophia Jäger. Ich habe auch noch einen Kollegen mitgebracht, der sich gleich auch noch vorstellen wird, wird aber sagen, starte erst einmal, dass ich Ihnen, na jetzt klappt es nicht, doch jetzt kurz die Agenda vorstelle. Und zwar beginnen wir erstmal mit einer kurzen Vorstellung. Danach berichten wir Ihnen einiges über unser Unternehmen, gehen dann auf die Einstiegsmöglichkeiten bei uns im Unternehmen ein und zu guter Letzt haben wir auf jeden Fall noch die Möglichkeit, Fragen an uns zu stellen. Genau. Erst einmal kurz zu meiner Person. Wie gesagt, Sophia Jäger ist mein Name. Ich bin seit, ja, etwa eineinhalb Jahren jetzt bei der BMW Paribas Real Estate hier am Standort in Frankfurt am Main beschäftigt. Bin als Rekruterin beschäftigt und, ja, muss sagen, da macht der Beruf sehr, sehr viel Spaß, dadurch, dass ich eben sehr viele verschiedene Bereiche kennenlerne als Rekruterin. Da wird aber mein Kollege Max vielleicht noch mehr zu berichten zu den verschiedenen Bereichen. Kurz zu meinem Profil. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, im Bachelor und im Master und genau, bin seit eineinhalb Jahren jetzt bei der BMP. Dann übergebe ich einmal direkt an dich, Max. Perfekt. Vielen Dank, Sophia. Herzlich willkommen an alle. Freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute unseren Vortrag anzuhören. Ich glaube, das ist die kürzeste Unternehmenspräsentation aller Zeiten bisher. Deswegen müssen wir ein ganz kleines bisschen Gas geben und erzählen ein bisschen weniger als sonst. Unser erklärtes Ziel ist aber dennoch heute, dass Sie alle wirklich einen sehr guten Eindruck davon kriegen, wer wir sind und was wir tun. Und mir ist es vor allem sehr wichtig, dass Sie sich auch wirklich die Arbeitsplätze bei uns genau vorstellen können. Das heißt, wenn wir gleich über die Bereiche sprechen, dann versuche ich bei jedem Bereich wirklich ein sehr exaktes, praktisches Beispiel zu finden, aus dem wirklich klar wird, wie sieht der Job in diesem Bereich eigentlich tatsächlich aus. Das wäre mein Wunsch für heute, dass Sie da alle eine gute Vorstellung von kriegen. Ganz kurz zu mir nur, wirklich so kurz wie möglich. Mein Name ist Maximilian Treptow. Gerne für alle Max. Bei uns ist das auch von der Kultur her so. Ich bin von Haus aus Jurist. Ich bin seit zehn Jahren bei der BNP Paribas Real Estate. Ich habe als Broker angefangen, als Bürovermieter quasi in Frankfurt. Das habe ich gemacht, weil ich einfach das Business sehr gut verstehen wollte, indem ich mal Karriere machen möchte, indem ich arbeiten möchte. Ich habe das zwei Jahre gemacht. Ich habe dann verschiedene Positionen im Unternehmen im Ende gehabt und bin jetzt seit drei Jahren in Deutschland verantwortlich für das Business Development. Darunter fällt bei uns alles, was die Themen Strategieentwicklung, Geschäftsfeldentwicklung, digitale Innovation und diese ganzen Themen betrifft, runter. Macht mir viel Spaß und so habe ich auch immer Gelegenheit, mal solche Vorträge zu halten. Sophia, wenn du einmal weiterklicken könntest. Ja. Wir haben hier die typischen Folien auch aus unserer Unternehmenspräsentation. Ehrlicherweise will ich aufgrund der Zeit hier sehr schnell rüber gehen und will wirklich dahin kommen, dass Sie ganz praktische Informationen über die aktuelle Situation kriegen bei uns. Trotzdem ganz kurz ist es wichtig zu wissen. Wir waren 1958 mit der Gründung der Industrie in dem Immobilien Müller GmbH das erste große Gewerbeimmobilien-Maklerhaus und das ist wichtig zu verstehen, weil das wirklich unser Kern ist. Wir sind ein Maklerhaus, ein Gewerbemaklerhaus, jetzt inzwischen auch ein Presidential und das ist einfach das, wo wir herkommen. Und die weitere Geschichte, da können wir uns bei anderer Gelegenheit gerne mal ausführlicher darüber unterhalten. Wichtig ist, wir sind heute die BNP Paribas Real Estate, ein sehr großes Unternehmen in Deutschland Marktführer im Bereich gewerblichen Immobilieninvestments und viel mehr möchte ich an der Stelle gar nicht dazu sagen. Sophia, wenn du einmal weiterklickst. Hier haben wir unsere Kennzahlen aus dem letzten Jahr. Obwohl es ein schwieriges Jahr war, wie wir alle wissen, waren wir doch sehr erfolgreich unterwegs. Ich möchte nicht durch jede einzelne Zahl durchgehen, sondern mir geht es hier nur darum, dass Sie eine Größenordnung mal sehen, wo wir uns so bewegen ungefähr. Vielleicht eine Zahl rausheben im linken grünen Bubble, die 10,3 Milliarden Euro Transaktionsvolumen, also das Volumen, was wir tatsächlich vermittelt haben. Ich glaube, das ist schon eine recht eindrucksvolle Zahl in dem Markt. Gerne eine Folie weiter, Sophia. Das ist, glaube ich, für Sie ganz wichtig, weil Sie ja alle Karriere machen wollen, vielleicht auch bei uns und dabei flexibel sein wollen und es ja einem Leben doch mal hier und dorthin verschlägt. Wir sind sehr breit aufgestellt in Deutschland mit zehn Niederlastungen im Transaction-Bereich eigentlich über ganz Deutschland verteilt in jedem großen Immobilienmarkt vertreten und haben in den Bereichen Consulting, Valiation und Property Management noch ein paar kleinere Nebenstandorte. Das heißt aber eigentlich, egal wo Sie in Deutschland arbeiten möchten, welcher Immobilienmarkt Sie besonders interessiert, wir sind vertreten, wir sind vor Ort. Ich glaube, das ist eine relevante Information für Sie. Gerne eine Folie weiter. Dann steigen wir nämlich auch direkt schon ein. So, jetzt wird es heiß. Jetzt besonders gut zuhören. Das ist hier eine Folie, die ich sehr, sehr wichtig finde, wo wir uns auch dran langhangeln werden. Das Besondere daran ist, dass sie eigentlich schon unseren USP, also unsere Einzigartigkeit zeigt. Wir sind eines der wenigen Unternehmen, die wirklich den vollen Lifecycle an Immobilien, an Dienstleistungen oder mit Dienstleistungen versorgen können. Das heißt, ein Immobilien, Eigentümer, Besitzer, der muss in dem ganzen Lebenszügnis der Immobilie eigentlich niemals zu jemand anderem gehen. Wir können wirklich alles abdecken mittlerweile. Und das macht uns besonders. Das macht es auch für Sie spannend, weil Sie sich intern auch bewegen können. Wir haben eine internen Mobilität, auf die die Sophia später nochmal eingehen wird. Das macht es, glaube ich, spannend. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen die einzelnen Pizzastücke hier einmal durchgehen und wie versprochen für jeden Bereich ein Beispiel bringen, dass Sie wirklich wissen, okay, was passiert da jetzt ganz exakt? Ohne drum herum Gerede, sondern klare Worte. Der Bereich Transaction ist das, was bei uns das klassische Brokerage ist, also die Markterschaft praktisch. Ganz wichtig zu wissen, wir haben keine eigenen Immobilien, sondern wir machen wirklich lediglich die Vermittlung von Mietverträgen und Kaufverträgen für kleine Büroflächen von 100 Quadratmeter bis zu großen 10, 20.000 Quadratmeter Flächen. Und im Investment beginnen wir bei einem Investmentsvolumen von circa drei bis fünf Millionen Euro. Und dann bis Open End auch in die Milliarde rein ist das durchaus alles möglich. Das Brokerage ist ganz klassisches Marktergeschäft. Hier müssen Sie sehr kommunikationsstark sein, gerne mit Menschen sich umgeben. Der Arbeitsplatz ist sehr, sehr flexibel. Man ist viel draußen unterwegs. Es gibt keinen Alltag. Das macht viel Spaß. Man muss aber auch wirklich improvisieren können und flexibel sein. Und das ist das eigentlich so genau der richtige Job. Man muss gerne telefonieren mögen. Dann hat man an diesem Job viel Spaß und kann sehr, sehr erfolgreich sein. Man kann sehr viel Geld verdienen als guter Makler. Ich glaube, das sind so ein paar Kernpunkte zum Transaction-Bereich. Gerne eine Runde weiter. Dann gehen wir in den Bereich Consulting. Die Beratungsdienstleistungen sind bei uns in einer separaten GmbH abgebildet. In der Consult GmbH. Und hier finden wir im Prinzip sämtliche Beratungsdienstleistungen, die in der Immobilienbranche eine Rolle spielen können. Es geht um Ankaufsberatung, Beispiel. Also Buy-Site-Advice. Stellen Sie sich vor, Sie erben von ihr auch mal ein bisschen Geld. Kriegen Immobilienangeboten, haben aber eigentlich gar keine Ahnung davon. Dann können Sie zu uns kommen. Wir beraten Sie, ob das Investment zu Ihrer Risikokasse passt. Was zur Immobilie sonst noch zu sagen ist. Wir erstellen Gutachten. Wir machen Portfolioanalysen. Und ganz wichtig, was heutzutage auch immer wichtiger wird, wo wir auch einen großen Fokus drauf legen. Das ganze Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, wir beraten auch zur Nachhaltigkeit von Immobilien. Wie man Zertifikate bekommen kann. Und wie man einfach ein Portfolio auch möglichst nachhaltig gestalten kann. Dann springen wir weiter und gehen in den Bereich Valuation. Das ist das, was Sie vielleicht unter dem Begriff Immobilienbewertung kennen. Das ist bei uns auch in der CONSAT GmbH abgebildet. Hier ist die ganz klassische Immobilienbewertung. Hier sitzen Leute, die Excel besser können als Bill Gates vermutlich. Also wirklich Zahlen, Cruncher hoch und runter. Das Schöne ist, dass aber dieser Bereich auch immer wieder von Praxisnähe geprägt ist. Man muss die Immobilie besichtigen, die man bewertet. Insofern kommen auch die Leute immer mal wieder raus. Das ist, glaube ich, ein sehr spannender analytischer Job, der in der Bewertung stattfindet. Die nächste Pizza Slice ist das Property Management. Also die Verwaltung. Ganz klassische Hausverwaltung. Sowohl kaufmännisch als auch technisch im Facility Management. Hier geht es einfach darum, dass wir im Dienste des Eigentümers uns um die Immobilie kümmern. Dass alles im Schuss bleibt. Dass die Mietverhältnisse neu verhandelt werden, sobald das ansteht. Und einfach die ganze Organisation rund um die Immobilie stattfindet. Das heißt, hier schöpfen wir wirklich den bestmöglichen Wert für den Eigentümer. Und kümmern uns um alles, worum er sich nicht kümmern möchte. Der nächste Bereich ist dann das Investment Management. Bei uns in einer separaten Gesellschaft, die auch in unserer Holding-Struktur nicht direkt mit drin ist. Insofern keine richtige Schwestergesellschaft von uns ist. Liegt einfach daran, dass das Real Estate Investment Management selbst auch Immobilien für Kunden erwirbt und verkauft. Und deshalb auch gelegentlich ein Kunde von uns ist. Hier finden wir wirklich das klassische Investment Management. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen bewegen Geld für internationale Investoren. Wir haben verschiedene Vehikel, in die investiert werden kann. Sowohl geschlossene Fonds als auch seit neuestem meinen offenen Optikumsfonds. Und hier eben die indirekte Immobilienanlage. Und last but not least, der Bagger symbolisiert unser Property Development. Hier sind wir seit einigen Jahren auch in Deutschland mit präsent. In Frankreich und in England sind wir sehr, sehr stark unterwegs schon im Property Development. In Frankreich bei den Marktführern dabei. In Deutschland noch in den Kinderschuhen. Aber aufgrund der Erfahrungen, die wir im Ausland international schon sammeln konnten, sehen wir hier großes Potenzial und werden hier auch in den nächsten Jahren deutlich wachsen in Deutschland. Ich glaube, das war's zu den Geschäftsbereichen im absoluten Schnelldurchlauf. Wir haben ja danach noch eine schöne Stunde Zeit für Fragen. Ich hoffe, dass Sie uns den ersten Anreiz schon mal setzen konnten, dass Sie Interesse geweckt haben dafür. Und jetzt übergebe ich zurück an meine Kollegin Sophia zu den HRT. Genau, genau. Vielen Dank auf jeden Fall, Max. Genau, Sie haben ja schon mal gesehen, wir können da doch schon auf eine recht lange Firmengeschichte und auch Kultur zurückgreifen. Wir als Unternehmen haben uns dabei drei zentrale Faktoren, sag ich mal, herauskristallisiert, die uns besonders wichtig sind und natürlich auch unseren Erfolg ausmachen. Zum einen der Punkt Leidenschaft. Das heißt einfach die gemeinsame Leidenschaft für die Immobilienbranche, aber eben auch für die Immobilien oder eben auch die Leidenschaft für den eigenen Job und eine spannende Tätigkeit. Genauso wie der Punkt Teamgeist. Ich denke, dass er sehr, sehr wichtig ist, um auch als Unternehmer erfolgreich zu sein. Das heißt, jede Person bringt natürlich ihre eigenen individuellen Stärken mit, die das Team stärken und auch eben den Erfolg stärken, aber eben auch genauso gut. Es ist so, dass wir eben durch verschiedene Events und Veranstaltungen eben auch den Teamgeist stärken möchten, wie Sie jetzt sehen hier beispielsweise JP Morgan oder eben aktuell die Coffee Dates, die wir da regelmäßig durchführen, um uns einfach innerhalb des Unternehmens sehr gut zu vernetzen und eben auch die verschiedenen Abteilungen, die jetzt auch eben mein Kollege vorgestellt hat, gut miteinander zu vernetzen und da den Austausch zu fördern. Ein weiterer Punkt, ganz zentral jetzt auch in der Mitte stehend, ist der Punkt Vertrauen. Und zwar einfach das Vertrauen, das wir als Unternehmen in unsere Mitarbeiter haben, in die Leistung unserer Mitarbeiter, aber eben auch genauso gut das Vertrauen, das der Mitarbeiter in seine direkten Teamkollegen hat und auch in den direkten Vorgesetzten. Das ist eben schlussendlich eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um eben auch erfolgreich zu sein und eben, ja, sag ich mal, spielt natürlich auch ein bisschen in den Punkt Teamgeist mit ein. Kommen wir jetzt gerne nochmal auf unsere Jobbenefits. Ich denke, was da besonders interessant für Sie sein wird, sind jetzt oben die Punkte Weiterbildungsprogramme und Feedback-Gespräche. Uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da einen regelmäßigen Austausch haben, besonders wenn Sie jetzt bei uns starten. Natürlich innerhalb der ersten sechs Monate ist da ein ständiger und kontinuierliches Feedback. Darüber hinaus haben wir aber eben auch jährliche Feedback-Gespräche, die festgesetzt sind, die wir dann mit unseren Mitarbeitern führen. Und das geht auch so ein bisschen, sage ich mal, mit den Weiterbildungsprogrammen einher, dass wir eben auch schauen, wo möchte sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eben individuell weiterentwickeln und was können wir da eben auch anbieten. Ein weiterer Punkt, den hatte mein Kollege Max zu Beginn schon mal angesprochen, ist die interne Mobilität. Das heißt, wir sind ja Teil des BNP-Konzerns. Das heißt, neben unseren internen Weiterentwicklungsmöglichkeiten in die verschiedenen Abteilungen haben Sie natürlich eben auch die Möglichkeit, auf das Konzernangebot zurückzugreifen und sich da eben konzernweit weiterzuentwickeln. Das vielleicht so am Rand ist, denke ich mal, die wichtigsten Punkte für Sie. Kommen wir jetzt gerne nochmal zu den Einstiegsmöglichkeiten. Wir bieten ganz klasse Schwerkstudenten und Praktikantentätigkeiten an. Praktikum können Sie ab 10 Wochen bei uns im Unternehmen machen. Genau. Und wir bieten darüber hinaus eben auch den Direkteinstieg eben in den genannten Bereichen an, die mein Kollege gerade vorgestellt hat. Darüber hinaus haben wir eben auch Trainee-Programme. Die sind aber nur am Standort in München oder werden nur am Standort in München bei der Real Estate Investment Gesellschaft angeboten. Genau. Mit Blick auf die Uhr. Das sage ich mal recht knapp. Das sage ich mal, wäre das von unserer Seite auch erstmal. Hier sehen Sie nochmal unsere Kontaktdaten. Von daher fotografieren Sie sich die gerne ab. Vernetzen Sie sich gerne mit uns über LinkedIn oder Zing. Es ist sehr, sehr wichtig auch für Sie, wenn Sie jetzt im Beruf einsteigen, da wirklich ein gutes Netzwerk aufzubauen. Kommen Sie gerne auf uns zu, falls Ihnen im Nachhinein jetzt noch Fragen aufkommen oder Sie sich da auch einfach nochmal, ja, interessenshalber auch für verschiedene Bereiche oder Einstiegsmöglichkeiten bei uns interessieren. Von daher zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns einfach sehr, sehr gerne. Das möchte ich auch gerne nochmal ganz kurz nachdrücklich unterstreichen. Das ist hier bei uns kein Gerede, sondern wir meinen das wirklich völlig im Ernst. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sich für uns interessieren, für die Branche interessieren, rufen Sie uns wirklich an. Das ist wirklich kein, nicht als Spaß gemeint, nicht als Floskel. Sie können sich über alle Kanäle mit uns vernetzen. Meine Telefonnummer steht da, meine E-Mail-Adresse steht da, genauso wie von der Kollegin Sophia. Zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen. Es ist wichtig, mit Ihnen in Kontakt zu stehen und wir freuen uns wirklich, wenn Sie sich bei uns melden. Und wenn es mal nicht passt, dann sagen wir das auch. Und dann finden wir später sicherlich möglich, das zu klären. Insofern ist das wirklich ganz, ganz ernst gemeint an der Stelle. Ja, so einfach und so lokal löpt es. Und tatsächlich, wir haben jetzt keine Zeit für die Fragen, aber stellen Sie diese bitte tatsächlich zu LinkedIn und unter den angegebenen Kontaktdaten. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen, Frau Jäger und Herr Treptow. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Danke. Danke so.